Liebe Zuseherinnen, liebe Zuse, jetzt habe ich es doch geschafft. Ich drücke die Kamera immer gegen die Nase oder gegen die Wange, weil mit einer Hand ist nicht so eine sehr schöne Stimmung heute. Wir kommen gerade von der Franz-Ferdinand-Schutz-Hütte runter. Vorne rechter Hand ist dann die Teufelsteinhütte. Links rauf geht es dann zur Kamersteiner-Hütte. Ja, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Absolut traumhaft. Ah ja, und hier geht es, nein, geht der schon hier runter. Da gibt es nämlich noch einen Weg, der Richtung Steinbruchsee runterführt. So, hier ist er ein bisschen. Ja, genau, das ist dann der Weg links rauf zur Kamersteiner-Hütte. Und geradeaus geht es dann wieder. Das ist doch, die Teufelsteinhütte. Die Verkappenатаaten. Überflüssigkeit. Der Film dort. O, geht das. Das ist doch, der Filmκaten. Oberflüssigkeit. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Aber im Laufe Fenster. Das ist doch, dass du so offset. fUT. Wartman. back? ja genau und hier geht es dann rechts eben rauf zur teufelsteinhütte sehr schöner ausblick sehr sehr schöner ausblick und hier rechts runter geht es dann zum steinbruchsee das ist dann gleich hier runter aber ich glaube ich möchte doch zur teufelsteinhütte mal schnell rauf schauen der kanal kocht sehr eigenartiger geruch ist alles nichts und hier geht es dann eben hier so steil hinauf